Herzlich willkommen zum heutigen Webinar, chronisch entzündliche Darmerkrankungen und da schauen wir uns Morbus Crohn und Colitis ulcerosa an. Wie kommt es dazu und vor allen Dingen, was kann man machen, um mehr Lebensqualität und Wohlbefinden zu haben. Ganz kurz zu meiner Person, mein Name ist Marc Siebelt, ich bin Therapeut für Ganzheitsmedizin hier am schönen Zürichsee, mache aber nicht nur Behandlungen oder Gespräche in Freienbach am Zürichsee, sondern auch sehr viel über Video und so Videobehandlungen kann man von überall machen und das ist ja das Praktische dabei, genau wie wir jetzt ja auch alle verteilt sind und zusammen sind. Genau, bitte nicht zögern in diesem Webinar Fragen zu schreiben, einfach bei F&A Fragen eintippen und sobald es dann passt, werde ich mich gerne darum kümmern, also nicht zögern. Gut, dann legen wir mal los und wie gesagt, ich zeichne das ganze Webinar auf. Wir machen folgende Struktur, wir reden ganz kurz mal über Darm und seine Flora und schauen, was es da so Wichtiges gibt. Ganz kurz machen wir das, damit wir dann auch sehen im Hinblick nachher auf die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wo was schief gehen kann. Dann schauen wir uns Beschwerden und die Ursachen an und zwar Morbus Crohn und Colitis ulcerosa und ganz allgemein auch die Autoimmunkrankheiten. Und dann Diagnose und Lösungen, baue ich alles so mit an. Gut, also beginnen wir mit Darm und seiner Flora. Ich glaube, wir wissen alle, wo der Darm sitzt. Ich habe trotzdem das Bild nochmal mitgebracht, denn was kennen wir alles so? Wir wissen dieses lange etwas durcheinander, das ist der Dünndarm und dann drumherum der Dickdarm mit dem Enddarm. Das Ganze ist wichtig, sich nochmal anzuschauen, weil diese zwei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen haben unterschiedliche Gebiete, die sie beeinflussen. Wichtig ist auch nochmal zu sagen, okay, hier oben haben wir den Magen und auf dem anderen Bild sehen wir noch ein paar andere wichtige Sachen. Wir sehen hier die Leber mit der Gallenblase, die an der Leber ist und das wird abgegeben in den Zwölffingerdarm. Und dieses komische Etwas, das ist die Bauchspeicheldrüse der Pankreas. Der produziert Verdauungssäfte einerseits, die in den Zwölffingerdarm abgegeben werden. Andererseits wird dort auch das berühmte Insulin produziert, was dann ins Blut abgegeben wird, womit wir dann Zucker, Glucose in unsere Zellen bekommen. Wie lang ist der Darm? Sieben bis acht Meter lang? Die Oberfläche finde ich immer Wahnsinn. Also 400 bis 500 Quadratmeter groß, wie zwei Tennisplätze und da geht so einiges an Nahrung und Flüssigkeit durch. Und vor allen Dingen sitzen dort 80 Prozent unseres Immunsystems. Ich habe ja immer gedacht, ich bin relativ groß mit meinen zwei Metern, müsste doch eigentlich die Haut so das größte Organ sein. Aber das hat nur so um die zwei bis zweieinhalb Quadratmeter und da ist natürlich die Oberfläche des Darmes riesig. Und mit der ganzen Struktur, mit den Zotten und Krypten ist es so. Das ist auch noch ein wichtiges Bild, das wir hier sehen. Und zwar die Darmschleimhaut, die Mucosa. Und die spielt eine wichtige Rolle, weil in diesem Webinar über diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen geht es ja um Probleme mit der Darmschleimhaut. Na, hier mal so ein Bild davon. Und diese Schleimhaut, auch Mucosa genannt, dient einerseits als Schutz, also Abwehr, sie dient aber auch gleichzeitig zur Aufnahme von Nährstoffen und drittens zur Bildung von Sekreten und Zügen. Warum ist das so wichtig? Wir machen mal ein Beispiel. Wenn jemand so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, also irgendwas stimmt mit der Schleimhaut nicht so, leiden sehr häufig auch diese drei Funktionen darunter. Also sprich, sehr häufig sehen wir zum Beispiel, dass eine schlechte Aufnahme von Nährstoffen der Fall sein könnte. Genau, also das ist so einmal zur Funktion der Schleimhaut und im Umkehrschluss, wenn es nicht so richtig funktioniert, sind natürlich diese drei Sachen auch ein bisschen, leiden natürlich auch. Genau. Wie kommt es zu so einer riesen Oberfläche der Darmschleimhaut von 400 bis 500 Quadratmeter? Wir sehen hier oben, der Darm ist nicht nur einfach ein Schlauch, sondern hat ganz viele Falten. Die werden so Kerkringsche Falten genannt. Und wenn man hier mal so eine Falte im Querschnitt sieht, sieht man, wow, da sitzt ja zusätzlich noch diese Struktur mit Zotten und Krypten drauf. Und dann auch noch hier, so sieht dann die Oberfläche aus, nicht nur einfach Körperzellen, also so das, wo das festsitzt, sondern da sitzen diese Mikrovilli auch drauf. Und dadurch ist die Oberfläche bis zu 40-fach vergrößert gegenüber der normalen Länge. Einfach mal wichtig zum Verständnis. Wenn es natürlich zu einer Entzündung kommt, kann das die verschiedensten Teile der Darmschleimhaut befallen. Was ist im Darm noch wichtig? Die Darmflora, also das Mikrobiom. Dort gibt es bis zu zwei Kilogramm Bakterien. Wichtig ist immer, und das betone ich immer gerne, das sind keine körpereigenen Zellen oder Besen. Sondern die haben sich da angenistet, meistens schon seit Geburt an oder auch dann während des Stillens und danach, was halt aber alles so im Leben passiert, können dann auch manchmal schlechte reinkommen. Und es gibt so 400 bis fast 1000 bekannte Arten. Und diese Darmkeime spielen auch eine ganz wichtige Rolle im Darm. Und das schauen wir uns gleich nochmal an. Das waren jetzt einfach mal so die Ausgangssachen. Also wir haben gesehen, erstens Darmschleimhaut, mega lang, mega groß, mega wichtig. Und die Darmflora, die eine Rolle spielt. Und wir hatten uns ganz kurz angeguckt, rein anatomisch, wo ist die Bauchspeicheldrüse, dass die eine Rolle spielt. Aber auch der Magen und die Leber. Genau. Und für die, die ein bisschen später jetzt in dieses Webinar gekommen sind, Sie können sich ganz einfach den Anfang, den Sie verpasst haben, dann nochmal auf dem Video angucken. Weil ich zeichne heute auch alles auf. Und nicht zögern, wenn irgendwelche Fragen sind, einfach bei F&A eintippen. Gut. Also. Kommen wir zu Beschwerden und Ursachen. Und jetzt habe ich mal das Bild mitgebracht. Ja, das sind mal die verschiedenen zwei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Man sieht links die Colitis ulcerosa. Das betrifft vor allen Dingen hier, sieht man so den absteigenden Dickdarm. Also das ist so, wenn man die linke Hand so links an die Seite tut, das ist der absteigende Dickdarm. Und dann der Enddarm. Morbus Crohn, da sieht man nicht, wo es ist, weil es kann an vielen Stellen sein. Aber erstmal so zur grafischen Abgrenzung. Hier noch ein bisschen besser abgegrenzt. Und ich habe das jeweils so gegenübergestellt, weil wir fragen uns erstmal rein von den Fakten her. Okay, wie sieht es eigentlich aus? Wie vergleichen sich die zwei? Beide sind erstens genetisch bedingt. Also es sind ja Autoimmunkrankheiten. Und es ist dann genetisch bedingt, dass es entweder zu einer Colitis ulcerosa wird. Oder zu einem Morbus Crohn. Oder einer anderen Autoimmunkrankheit wie MS. Wie Bauchspeicheldrüse, also Diabetes Typ 1, etc. Wir schauen uns das gleich nochmal an mit den ganzen Autoimmunkrankheiten. Aber das ist erstmal wichtig. Also es ist genetisch bedingt, was betroffen ist. M zu F heißt Männer versus Frauen. Ungefähr. Bei Colitis ulcerosa ist es ungefähr gleich viel. Bei Morbus Crohn sind es ungefähr doppelt so viele Männer betroffen wie Frauen. Beide Krankheiten können ausbrechen ab der Pubertät. Und meistens so der Erstausbruch bis so 25, 30-Jährig. Später kann es dann nochmal wiederkommen. Aber wenn man sagt, wann bricht es denn erstmal aus? Ab der Pubertät bis 25, 30. Ja, was steckt denn dahinter? Denn das steht so, ab der Pubertät muss es ja irgendwas mit den Geschlechtshormonen auch zusammenhängen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Weil es gibt andere Krankheiten, zum Beispiel Neurodermitis. Das kann mit drei, vier Monaten schon passieren. Da hat es dann nichts mit Geschlechtskrankheiten oder Geschlechtshormonen. Und hier ist es so, hormonelle Veränderungen, plötzlich könnte es anfangen. Also da spielen auch die Hormone und vor allen Dingen das Östrogen eine Rolle. Dann beides wieder gleich. In Nordeuropa und Nordamerika kommt es häufiger vor als im Süden. Kleine Quizaufgabe schon mal. Ich kläre das nachher im Laufe des Webinars auf. Schon mal überlegen, was haben denn Nordeuropa, Nordamerika so gemeinsam oder Mitteleuropa, sagen wir so. Nordeuropa und Nordamerika im Gegensatz zu Mittel- und Südamerika und Afrika. Zu mal überlegen, da könnte noch ein Punkt sein, was beide Krankheiten beeinflusst. Risiken. Und das ist so. Es ist so, es muss genetisch bedingt sein. Es müssen andere Sachen vorliegen. Und wenn dann bestimmte Risikofaktoren erfüllt werden, kann es zum Ausbruch der Krankheit kommen. Oder aber zur Verschlimmerung. Und da ist es so, bei der Colitis ulcerosa sind zum Beispiel bekannte Risikofaktoren einerseits Schwermetallbelastung. Andererseits die berühmten E. coli-Bakterien, also die Escherichia coli-Bakterien. Also wenn die zum Beispiel zu heulen, sind zu großer Menge im Darm vorkommen. Und genetische Bedingungen und viele andere Sachen, die wir noch sehen, kann es eher Richtung Colitis ulcerosa gehen. Risikofaktoren hingegen für Morbus Crohn sind Sachen wie zum Beispiel Rauchen oder auch EB-Virus, das Epstein-Barr-Virus. Und da gibt es immer wieder, ich habe eben noch einen Artikel gelesen und so weiter zur Artogenese des Morbus Crohn, bestimmte Viren wie Epstein-Barr-Virus werden dann immer wieder untersucht, dass sie auch das mit auslösen können. Darum frage ich auch immer, wenn ich meine Klienten sehe und ich habe immer ein kostenloses Erstgespräch und frage dann so, okay, wie lange haben sie es denn schon, was war denn damals und so. Und häufig, ja, irgendwie mit Stress. Und wie war es mit Krankheit? Ja, da hatte ich so einen blöden Virus oder so. Und manchmal ist es Epstein-Barr-Virus, was sozusagen vor dem Ausbruch von Morbus Crohn liegt. Und so unterscheiden die sich jetzt erstmal rein von den Fakten, von der Statistik hin. So. Wie kann man die zwei noch abgrenzen? Jetzt gehen wir in die Ebene tiefer, zwar auch Fakten, aber mehr im Sinne von wo im Körper. Colitis ulcerosa ist meistens links. Deswegen habe ich gesagt, linke Hand, linke Seite. Es ist auch meistens dann auch isoliert auf den Dickdarm, also den herabgehenden Dickdarm und den Enddarm. Morbus Crohn kann den ganzen Verdauungstrakt betreffen. Häufig sind Schmerzen rechts, aber es kann überall, es kann sogar bei einer Speiseröhre schon anfangen und so weiter. Oder dann Dünndarm, Dickdarm und so weiter. Der Unterschied von der Wunde her ist, Colitis ulcerosa hat meistens eine oberflächliche Wunde, ungleichmäßig. Und beim Morbus Crohn ein tiefer Gen. Also es kann wirklich tief reingehen, dann in die Darmschleimhaut und Flecken für mich. Wenn man sagt, ja wie kann ich denn das wissen, habe ich jetzt einfach nur eine Entzündung des Darmes oder habe ich sogar wirklich eine, wie sagt man, chronisch entzündliche Darmerkrankung, einer der beiden Ausprägungen. Dann kann man das einwandfrei nachweisen und zwar im Blut kann man sogenannte Antikörper messen. Und dann Antikörper zum Beispiel, die heißen dann hier beim Colitis ulcerosa Anker Antikörper oder BAK. B heißt Becherzellen Antikörper. Was ist denn das komisches? Und zwar Becherzellen sind in der Schleimhaut, der Darmschleimhaut und zwar hier bei Colitis im herabsteigenden Darm, Dickdarm und Enddarm. Das sind das Zellen, die produzieren Schleim. Schleimhaut, da müssen ja Zellen geben, die Schleim produzieren und die nennen sich die Becherzellen. So, und gegen diese Becherzellen produziert das Immunsystem Angriffszellen, sogenannte Antikörper. Eigentlich sind ja Antikörper dazu gedacht, dass sie Sachen von draußen Viren, Bakterien angreifen und abwehren. Aber Autoimmunkrankheiten heißt eigentlich, das greift das Körper eigene Gewebe an. Und bei der Colitis ulcerosa greift es halt die Becherzellen an. Es wird dann so beeinflusst und dann greift es an und deswegen gibt es dann diese Wunde. Jetzt bei Morbus Crohn, das sind das sogenannte Asker-Antikörper, beziehungsweise P-Antikörper. P wie Pankreassekret. Man hat also herausgefunden, dass Pankreassekret, also das wird ja sozusagen das, was produziert wird an Verdauungsenzymen und so weiter im Pankreas, in der Bauchspeicheldrüse, das wird ja abgegeben in den Dünndarm und durch den Dickdarm. Und jetzt ist es so, es gibt bestimmte Antikörper, die sozusagen dann alles angreifen im Körpergewebe, wo drauf das Pankreassekret ist. Deswegen ist das auch so komisch, dass man sagt, ja, wo genau im Dickdarm ist es denn beim Morbus Crohn oder im Dünndarm? Kann überall sein. Gerade da, wo dann diese Antikörper schießen aufs Gewebe, wo dieser Pankreas-Saft drauf ist. Und so kann man das rein labortechnisch unterscheiden, ist es Colitis ulcerosa oder ist es Morbus Crohn. Und genetisch bedingt ist es, dass es entweder Probleme mit diesen Becherzellen gibt oder mit dem Pankreassekret. Und das ist diese genetische Bedingung. Und das ist so der Unterschied zwischen diesen zwei Krankern. Wenn wir sagen, ah, das mit dem Antikörper, müssen wir nochmal ein bisschen verstehen. Also eigentlich sind diese Antikörper ja dazu gedacht, dass wenn etwas von draußen in den Körper reinkommt, ja, abgewehrt wird. Beispiel, ein Virus kommt rein, Influenza, zack. Wenn der Körper diesen Virus besiegt hat, werden diese Antikörper gebildet. Das heißt, wenn ich dann nochmal die gleiche Influenza kriegen würde, wird es schneller abgefangen. Eigentlich eine ganz smarte Sache. Das Problem ist nur, Autoimmun heißt, dass dann plötzlich gegen körpereigenes Gewebe dann auch diese Abwehrzellen oder in diesem Fall diese Angriffszellen gebildet werden. So, jetzt kommt die Frage, ich sehe gerade eine Frage, sieht man den Morbus Crohn bei einer Darmspiegelung immer? Kann Morbus Crohn auch schon im Dünndarm sein? Also erstens, im Dünndarm kann es auch sein. Sieht man es immer? Es kommt dann wirklich darauf an, ich gehe mal kurz aufs Bild zurück, vielen Dank für die Frage. Hier. Es kommt natürlich darauf an, wie schlimm ist diese Entzündung? Also meistens wird dann schon irgendwas gesehen. Man muss halt dann einfach gerade bei Morbus Crohn sehen, dass man dann eine Darmspiegelung und eine Magendarmspiegelung macht. So, und dann die wirklich eindeutige Testung ist dann blutanalytisch, dann diese Antikörper im Blut dann nachzuweisen und zu testen, damit man weiß, liegt es wirklich vor oder gibt es einfach nur eine kurzzeitige Entzündung der Darmschleimhaut? Kann ja auch schon mal vorkommen. Also ich mache ja viele Stuhlanalysen und kann da dadurch meinen Klienten helfen. Manchmal gibt es an, oh, es ist eine Entzündung da, aber nur eine leichte Entzündung. Das muss dann kein Morbus Crohn oder Colitis sein, sondern es kann dann auch einfach mal eine kurzzeitige Entzündung geben, die wir dann auch mit naturheilkundlichen Sachen und Vitalstoffen wieder zum Abklingen bringen können. Perfekt, vielen Dank für die Fragen. Gut, also, wir sind wieder bei den Antikörpern. Also die Antikörper, wie gesagt, das Normale ist, gegen etwas vorzugehen, was von außen kommt. Es kann aber sein, wenn was schief geht, greifen die körpereigenes Gewebe an. Und wie kann was schief gehen? Also es ist meistens so, dass irgendwie das Immunsystem so wie überreagiert. Und dadurch werden dann plötzlich aufgrund dieser Überreaktion nicht nur fremde Sachen angegriffen, angegriffen, sondern auch körpereigenes Gewebe. Das wird gesagt, weil eigentlich muss das ja den Körper schützen. Aber dann kann es vorkommen, überschießend, also zu stark erregtes Immunsystem, kämpft dann plötzlich gegen körpereigenes Gewebe. Also das ist dann so wie nach dem Motto, oh ja, sieht so ähnlich aus, sieht böse aus, bekämpfe ich. Ja, und wenn es dann sozusagen das bekämpft, dann kommt es zu Entzündungsreaktionen. Also es ist wie so, ich sage mal wie Pac-Man, wenn Pac-Man plötzlich auf die Darmschleimhaut geht und dann in Anführungszeichen ranknabbert, gibt es dann natürlich Entzündungen. Ganz in Kürze, ich habe uns schon einige Webinare über das Immunsystem gegeben, wenn man sagt, ja, wer sind denn diese komischen Antikörper? Nur ganz kurze Expertenfolie. Es geht darum, um die Immunabwehr von unserem Immunsystem, und zwar die zelluläre Immunsystem, das spezifisch zellulär ist. Und das nennt man die T-Lymphozyten. T-Lymphozyten. Also die T-Lymphozyten sind die, die diese Antikörper bilden können. Ja, und wenn es dann mal schief geht, dann bilden diese Antikörper, so genannte, hier steht, das sind die ganzen Sachen, die diese komischen T-Lymphozyten bilden. Das Wort T kommt übrigens von Thymus. In dem Organe Thymus werden die gebildet. So, und da gibt es halt welche, die dann plötzlich, hier steht so schön, die heißen dann TH1-Zellen, die zytotoxisch sind. Also die befallen das Gewebe, in dem Fall das körpereigene Gewebe, und zerstören sie. Und die haben bestimmte Kampfstoffe, weil die sagen, boah, da ist ein Virus in der Zelle, das muss ich zerstören, oder Bakterien. Das Problem ist nur, das ist jetzt kein körpereigenes Gewebe, was böse ist, sondern die denken, diese Becherzellen oder diese Darmschleimhaut, die von dem Pankreassaft überlegt ist, wäre böse. Ja, also das ist das, was halt schief geht. Das sind diese komischen T-Lymphozyten. Was sind andere Beispiele, ich habe das eben schon angesprochen, von Autoimmunkrankheiten, ja, Diabetes Typ 1, Typ 2, da wird die Bauchspeicheldrüse befallen, Schilddrüse, Hashimoto, Baseldo, das sind Beispiele für Autoimmunkrankheiten, wo, Grund von einer genetischen Geschehnung ist, dann dieses Organ betroffen wird. Also das heißt nicht, dass wenn man das in genetischen Anführungszeichen Fehler hat, dass es unbedingt sein muss. Dafür müssen ja viele andere Sachen noch zutreffen, wie ich eben teilweise schon gezeigt habe. Virusinfekt, bakterieller Infekt, Schwermetallbelastung und viele andere mehr, die ich jetzt im Laufe des Webinars noch zeigen werde. Aber warum trifft es gerade die Schilddrüse oder die Darmschleimhaut? Das ist ein genetischer Defekt. Es kann die Wirbelsäule betreffen, das ist ein Bechterriff, Darm, es gibt auch noch Zöliakie, Gelenke kann es betreffen, die sogenannte Rheumatoide Arthritis. Also für die sagen, ja, der Arzt sagt, ich habe Rheuma, irgendwie habe ich auch so Schmerzen. Aber keine Rheumafaktoren da, muss man sich fragen, was löst denn da die Rheumatoide Arthritis? Und häufig ist es auch der Darm, der eine große Rolle spielt. Multiple Sklerose, das ist das zentrale Nervensystem, was befallen wird, Neurodermitis, Haut oder auch Gebärmutter, das nennt sich dann Endometriose. Und das sind die verschiedenen Autoimmunkrankheiten. Und was sie alle gemeinsam haben, ich springe mal zu der Folie, dass irgendwie das Immunsystem überschießend reagiert. Also außer Rand und Band ist und plötzlich greift es körpereigenes Gewebe an und nicht nur den Feind. Ja, es sind bisher Fragen. Wir haben noch ein bisschen, aber ich meine nur, wenn noch irgendwelche Fragen sind. Jetzt müsste man fragen, überschießendes Immunsystem heißt ja auch irgendwie, dass es nicht so richtig reguliert wird. Aber man könnte ja sagen, eigentlich müsste der Körper doch einen Prozess haben, dass es nicht überschießen kann. Und da müssen wir uns fragen, was könnte das denn regulieren? Und jetzt komme ich mal an ein Bild, das steht hier so auf Englisch, die weltweite Verteilung von Multiple Sklerose. Und wenn wir das mal angucken, sehen wir, okay, wo ist denn das hohes Risiko? Nordamerika und Nord- und Mitteleuropa. Ist ja spannend. Das sind so die Gebiete, wo es hohes Risiko ist. Auch das Dunkelrot und das Lila, das sind so die Gebiete. Was haben denn die gemeinsam? Hat jemand eine Idee? Einfach mal bei F&A oder in den Chat schreien. Was haben denn diese Gebiete so gemeinsam? Das ist jetzt mal ein Beispiel für MS, aber das ist bei anderen Autoimmunkrankheiten auch häufig der Fall, diese Verteilung. Was könnte da eine Rolle spielen? Das ist ja hier so eine coole Karte, wo man sieht, so vom Breitengrad und Nordamerika, Europa. Hat irgendjemand eine Idee, was die gemeinsam haben und was Autoimmunkrankheiten einflussen könnte? Das hat jemand geschrieben. Ich gucke mal schnell rein. Also einmal die Ernährungsform, super, genau, sehr gut. Dann weniger Sonne. Ja, genau. Das ist nämlich das Fiese. Genau, das sind die zwei Sachen. Einmal unsere Ernährungsform, die westliche Ernährung und das andere, das Problem mit der Sonne. Und zwar, also klar haben die stundenmäßig weniger Sonne, aber auch der Einfallswinkel der Sonne ist ein ganz anderer. Also der ist einfach schräger und nicht so steil. Und dadurch ist die Bildung von Vitamin D nicht so gut wie in den anderen Gebieten. Weil das, was das Immunsystem regulieren könnte, wäre vertikaleres Sonnenlicht und somit Vitamin D. Aber auch ein paar andere Sachen können das regulieren und ich komme auf die Ernährung gleich nochmal drauf, weil das ist ein sehr guter Punkt. Kommen jetzt erstmal auf ein paar Stoffe, also Vitamin D ist wichtig, Cortison kann das Immunsystem auch regulieren, es kann der Körper selber produzieren, aber wenn es Krisensituationen gibt, irgendwann kippt das und dann klappt es nicht mehr so genau mit der beruhigenden Wirkung vom Cortison. Und zwei Sachen sind auch extrem wichtig, Zink und auch Omega 3 können das Immunsystem regulieren. Gibt es aufgrund der Ernährungsweise und so weiter eine Abwesenheit von genügend Omega 3 oder Zink, dann fehlen die Stoffe, damit das Immunsystem wieder beruhigt werden kann. Und das sind ganz entscheidend, dass man sagen kann, wie kann denn das plötzlich so das Immunsystem gegen einen selber vorgehen. Omega 3 ist immer noch ganz spannend. Ich gucke gerade, hier war noch ein Kommentar. Ist ein Stroma auch eine überschießende Immunreaktion? Meistens ja. Also man muss sich fragen, Stroma, das ist ja ein Knoten in der Schilddrüse und sehr häufig kann das gebildet werden im Sinne von, oh, es kann nicht genug Sachen produziert werden in der Schilddrüse, jetzt wird plötzlich was vergrößert, was sich ändert. Ja, also das, das liegt meistens auch dann da dran und da müsste man fragen, okay, ich habe einen Stroma, aber ist das jetzt auch autoimmun verursacht und dort hilft es dann, wenn man sagt, ja, soll ich es wissen, Antikörper zu messen. Ja, da gibt es für diese, es gibt drei verschiedene Arten von Antikörpern, zum Beispiel für Schilddrüsen-Autoimmunkrankheiten und die einfach zu messen zusammen mit dem Schilddrüsenbild. Genau. Vielen Dank für die Frage. So, Omega 3. Ich habe ja gesagt, Omega 3, daher kamen wir, ist eins der vier Sachen, die das Immunsystem regulieren können und ich habe das jetzt, ich habe gerade eine Klientin mit Morbus Crohn, wir haben eine Darmsanierung gemacht, also Stulanalyse gemacht, Darmsanierung, ich zeige gleich noch Beispiele, es wurde besser, aber irgendwie haben wir uns gefragt, wie sieht es denn eigentlich mit der Omega 3 Vertragung aus? Die Klientin meinte, ja, ich nehme mir ab und zu meine Omega 3 Kapsel und so weiter, eigentlich ganz gut, habe ich gesagt, okay, wollen wir uns mal die angucken, wie gut es denn eigentlich damit aussieht. So, und sie hat so einen kleinen Bluttest gemacht, das war ganz einfach, also so ein Finger gepikst, ein bisschen Blut genommen und da kann man eigentlich die Omega 6 zu 3 Balance ausfinden. Omega 6 sind ja eher die schlechten Fette, also die proentzündlichen Fette und Omega 3 die anti-entzündlichen Fette, also im Fisch und in Nüssen und so weiter. Omega 6 ist sehr viel in Pflanzenölen und so weiter drin. und das Resultat war erschreckend. 18 zu 1 war der Ratio und man sieht, das Gute wäre bis 3 zu 1, also das heißt, nicht mehr als dreimal so viel Omega 6 wie das gute Omega 3 und sie hatte 18 mal so viel Omega 6 wie Omega 3. So, und jetzt machen wir natürlich erstmal eine Kurve von 2-3 Monaten hochdosiert Omega 3, damit wir diese Balance von 18 zu 1 Richtung 3 zu 1 kriegen, weil das ist so wichtig, um einerseits das Immunsystem zu regulieren und natürlich auch bei diesen Entzündungen und so weiter wie bei Morbus Crohn das Ganze auch wieder in die Heilung zu bringen. Ganz wichtige Sache, kleiner Bluttest, machen die Ärzte wenig, kann man ganz einfach durchführen, dann kann ich auch helfen und dann weiß man, wo stehe ich eigentlich. Habe ich genug Omega 3 oder nicht, auch wenn ich schon jahrelang supplementiert habe, aber vielleicht habe ich nicht genug, vielleicht nicht die richtigen Sachen, vielleicht muss es einfach mal deutlich mehr sein. Genau, das ist so zum Thema Omega 6 zu 3. Ja, genau, klar, Herausforderung ist dann mehr gute Fette weniger schlechte Fette. Was aber auch noch spannend ist, ist bestimmte Vitalstoffe, weil es gibt auch entzündungshemmende Pflanzen. Also wie kann ich eine Entzündung noch reduzieren? Nicht nur durch mehr Omega 3, sondern auch bestimmte entzündungshemmende Pflanzen wie Kurkuma zum Beispiel oder auch Boswellia serata oder auch Weihrauch genannt. Es gibt auch noch viele, viele andere, nur wenn man denkt, okay, wie kriege ich das Ganze denn hin, so mit so einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, wo sich denken, okay, ich brauche das mit dem Omega 3, ich brauche das mit dem Vitamin D und zusätzlich kann ich dann auch helfen mit Kurkuma, mit Weihrauch und so weiter, denn ich muss sehen, dass die Entzündung zurückgeht. Und das hilft, dass das Immunsystem nicht mehr so überschießt. Jetzt müssen wir uns fragen, also dass es reguliert wird. Wenn wir uns jetzt fragen, okay, schön und gut, wir sehen, das Körper kann sich regulieren, dann müssen wir nochmal einen Schritt weiter zurückgehen. Wieso kann es denn plötzlich sein, dass das Immunsystem überreizt ist? Also ist ja nicht einfach nur ein bakterieller viraler Infekt. Wie kann es zu so einer ständigen Überreizung kommen? Meistens ist es so, weil es irgendwie ein Lack gibt in unseren körpereigenen Barrieren. Das heißt, durch diese körpereigenen Barriere, die ist nicht mehr ganz stabil, können ständig Bakterien und Keime reinkommen. Wenn die Sachen ständig reinkommen, dann muss das Immunsystem ja ständig arbeiten. Und wenn das ständig arbeiten muss, okay, ist es natürlich dann am Arbeiten, es wird überreizt. Und wenn das dann aber nicht abgetötet wird und in den Körper eindringt, dann muss das Immunsystem noch mehr arbeiten. Und nicht nur das in den Barrieren, sondern das im ganzen Körper. Man denkt, ach du Scheiße, wie soll ich denn jetzt ein Leck im Körper haben? Ja, wir haben doch die ganzen Quadratmeterzahlen gesehen am Anfang. Was ist unsere größte Barriere? 4 bis 500 Quadratmeter unsere Darmschleinhaut. Lunge war nur 100 und die Haut 2 bis 3 Quadratmeter. Also müssen wir gucken, wie geht es denn meinem Darm? Also das häufigste Leck ist die Darmschleinhaut. Und das Leck nennen wir Leaky Gut, löchriger Darm. Und das kann halt einfach hier auf dieser kleinsten Ebene da hat es diese Zellen aneinander und die sind verbunden mit so, man nennt das hier so Tight Junctions, also wie so Schleusen. Und eigentlich sollten die dicht sein. Das heißt, nur Sachen, die verdaut sind, kommen durch, alles andere nicht. Wenn jetzt aber irgendwie diese Tight Junctions, wie man es hier so schön sieht, diese Schleusen so leicht aufgelöst sind, dann kommen plötzlich ständig Bakterien, Toxine und so weiter rein, hier vom Inneren des Darms ins Blut. Also es ist nicht so jetzt, dass plötzlich der Darm ausläuft. Aber diese natürliche Barriere, wo es vom Inneren des Darms ins Blut geht, was zur Leber gebracht wird, was gerangt wird, läuft plötzlich mehr durch, als kommen sollte. Ja, und das ist eines der größten Gefahren, der größten Lecks und dieses Leaky Gut kann dazu führen, dass ständig das Immunsystem gereizt wird durch einströmende Bakterien und Toxin. Und hier sieht man das nochmal im Vergleich, nochmal ein anderes Bild. Hier ist es geschlossen, man sieht hier die gute Darmflora, hier die schlechte und das ist das, wenn es an geschädigte Darmschland geht. Hier ist es so leicht offen und da sieht man auch eine Entzündung, darum ist das so rot. Und dann können schlechte Sachen reinkommen, die das Immunsystem reizen und aufstachen. Wenn ich jetzt sage, wie kann ich das rausfinden, sehe ich das in der Darmspiegelung, sieht man nicht, weil auf dieser feinen Ebene kann man das nicht sehen, bei der Darmspiegelung, das kann man sehr gut in der Stuhlanalyse sehen. Das mache ich sehr viel mit meinen Klienten, man sieht da, gibt es eine Entzündung oder ein Leaky Gatt. Ich habe hier als Beispiel die Werte der Kliente mitgebracht, die Morbus Crohn hat. Man sieht, Calprotectin ist bei über 800 statt 50. Calprotectin ist der klassische Entzündungswert der Schleimhaut. Als ich hier sagte, ich glaube, wir sind zu hoch, meine ich, wenn ich meinen akuten Schub habe, bin ich über 1000. Sprich, sie war in der Phase, wo es entzündet war, aber nicht akut. Und dieser Leaky Gatt, der löchrige Darm, hier haben wir nämlich die Ursache vom Ganzen, das ist das Alpha 1 Antitrypsin. Und das war sicherlich vorher schon zu hoch und dann hat sich nachher so eine Autoimmunkrankheit auch bilden können. Das heißt, das ist immer Teil einer ganzheitlichen Stuhlanalyse bei mir, dass man sieht, okay, liegt der Leaky Gatt vor, ist somit dort das Leck, wo Bakterien und Toxin in den Körper einströmen können. Ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich auch noch Dysbiosen, also Fehlbesiedlungen im Daumen selber, weil wenn ich dort platogene Keime in zu hoher Menge schon habe, habe ich ja dort das Reservoir an schlechten Bakterien zum Beispiel, die durch die Schleimhaut in den Körper reinkommen können. Und darum ist es wichtig, sich das anzuschauen. Bei diesen schlechten Sachen, man sieht das hier auf dem Bild so schön, wenn hier eine gute Darmflora hat, eine schlechte, plötzlich lassen sich schlechte Sachen nieder und dann wächst das wie verrückt. Die produzieren, also einerseits sind sie selber schlechte Bakterien, reizen das Immunsystem, können aber auch noch Sachen produzieren, wie Histamin oder auch Gärung und Freundissachen und das wiederum reizt die Darmschleimhaut und lässt sie entzünden und löchrig werden. Und darum ist so wichtig zu gucken, hier wieder das Beispiel der Kliente mit Morbus Crohn. Gibt es überhaupt gute Bakterien wie Bifidobakterien? Man sieht hier grüner Bereich, da müsste der Strich sein, das ist extremst niedrig, das fehlt komplett bei ihr. Auch die wichtigen Butyrat Bildner sind ganz niedrig, das sind welche, die produzieren Stoffe, die die Schleimhaut schützen könnten und was hat sie stattdessen extrem hohe Werkwerte an Clostridien. Sobald Cluster 1, das sind die, die wirklich Entzündungen machen. Darum haben wir diese Stuhlanalyse gemacht, weil sie nimmt nur entzündungshemmel reduzierende Mittel, aber sie will mal wissen, wie geht sie ihrer Schleimhaut, löchrig oder nicht, und hat sie schlechte Bakterien. hier, wow, Riesenmenge an schlechten Bakterien. Genau. Also, das war ein wichtiger weiterer Punkt in unserem Puzzle. Also zu sagen, okay, wieso wird das Immunsystem zu sehr gereizt? Gucken, ist der Darm löchrig und hat eine Darmflora, die selber dann auch das Immunsystem reizt? Und noch schlimmer wie in diesem Fall, Sachen produziert, die Entzündung hervor. Genau. Das war das Thema Darmflora und Schleimhaut. Und ich sehe gerade eine Frage, wie man das Ganze messen kann. Also, das ist das Schöne und einfache. Man kann all die Sachen in einer ganzheitlichen Stuhlprobe messen. Wir machen das immer so, ich habe immer erst mal ein kostenloses Erstgespräch, zu sehen, was sind die Probleme, was gibt es, was wurde schon gemacht. Und wenn man dann sagt, okay, ich glaube, eine Stuhlanalyse könnte mal Sinn machen, dann lasse ich ihnen so eine Stuhltest-Set zukommen, egal ob es in der Schweiz sind oder Deutschland oder Österreich oder wo auch immer. Und dann kann man das messen, man füllt einfach zwei Röhrchen, schickt das zum Labor und dort sieht man ganz klar, wie geht es dem Mikrobiom, der Darmflora, der Darmschleimhaut, hat es Pilze oder noch andere Probleme. Genau. Vielen Dank für die Fragen. Ernährung wurde eben schon geschrieben, spielt ja auch eine Rolle. Und zwar muss man sich jetzt folgende Überlegung stellen. Was verstärkt die Reizung des Immunsystems? Und hier spielt jetzt die Ernährung eine wichtige Rolle. Und zwar sind das bestimmte Lebensmittel Eiweiße, also nicht Proteine im Allgemeinen, sondern ganz spezielle. Ganz spezielle Proteine, Eiweiße, die diesen bestimmten Bakterien oder Keimen ähnlich sehen. Man muss sich das so vorstellen, man könnte denken, das und das sieht ja nicht aus wie eine Bakterie, aber von der Kodierung her gibt es bestimmte Stücke, die wirklich ähnlich aussehen wie Epstein-Barr-Virus, wie diese Kolibakterien oder was auch immer. Jetzt denkt das Immunsystem, wow, da ist etwas böses, was reinkommt. Dann greift es das auch an und wenn es also jetzt nicht nur auf die Bakterienviren geht, sondern auch auf bestimmte Lebensmittel und dann auch auf den Körper, dann ist es wie ein Teufelskreis. Es wird immer gereizter und gereizter und gereizter und kämpft noch mehr unseren eigenen Körper an, obwohl es eigentlich Quatsch wäre. Und wenn man sich fragt, was ist denn das, was dann plötzlich so ähnlich aussieht wie unser Gewebe, dass es angreift, da gibt es viele, viele, viele Untersuchungen. Und da ist zum Beispiel eine Studie, die ich mitgebracht habe in dieser Präsentation, da wurde bei Multiple Sklerose gesehen, dass es das Kuhmilch-Eireiß ist, zum Beispiel, was bei MS das Immunsystem noch mehr anreizt und noch aggressiver macht. Das ist zum Beispiel mal eine Studie. Die andere Studie, das ist aus Papier, das habt ihr nicht reinkopiert, bei Morbus Crohn steht da ganz klar Getreide, Gluten, Stärke und Zucker. Und deswegen habe ich hier auch geschrieben, Nahrungsmittel, die klassische westliche Ernährung. Und da ist es wirklich, Zucker und Getreide bei beiden mal wirklich eine Zeit lang wegzulassen. Und ich rede jetzt nicht über Vollkorn versus normales Weizen, sondern es gibt viele Untersuchungen und Hypothesen und Studien, die würde ich sagen, beides mal weglassen. Auch Milch und Milchprodukte und da reden wir über das, nicht Laktose, sondern über, ich habe ja eben geschrieben, Milch, also das Eiweiß, über das Casein. Und das ist dann wirklich auch für alle Milch und Milchprodukte. Und klar, brotes Fleisch, Säugetierfleisch, auch einer der Sachen, was unserer ganzen westlichen Ernährung zusammen ist. wenn jemand sagt, boah, okay, dann muss ich alles weglassen, ich brauche jetzt Rezepte, wo kriege ich denn das her? Da gibt es zum Beispiel eine Diätform oder Ernährungsform, die heißt spezielle Kohlenhydrat-Diät, SCD abgekürzt. Und dann Buchhändlern finde ich da mal wieder Kochbücher drüber, habe auch einige in der Praxis, wenn die sagen, ich glaube, das wäre jetzt mal angebracht, gibt es viele Rezepte, man kommt sehr gut durch und es verzichtet einfach auf Zucker, viele Stärkesorten, Milch, Milchprodukte, Säugetier, Fleisch. Weil das ist so der Punkt zum Thema Ernährung, wo man wirklich vieles herausgefunden hat. Genau. Ja. Und damit wären wir eigentlich schon durch im heutigen Webinar. Also ich habe versucht mal aufzuzeigen, was sind denn eigentlich Autoimmunkrankheiten, wie funktionieren sie und was sind die Faktoren, die sie auslösen und verstärken. Und es ist nie so, und das ist das Gemeine bei den Autoimmunkrankheiten, dass es nur eine Sache ist. Also nach dem Motto, ich gebe auch rot über die Ampel und habe Krankheit X. Nein. Es sind wirklich viele Sachen. Es ist genetisch bedingt, es ist ein Mangel an Sachen, die das Immunsystem regulieren könnten, Vitamin D, Omega 3. Es ist ein verstärktes Einströmen von Bakterien oder Viren, häufig im Zusammenhang dann auch mit einem löchrigen Darm oder auch einer Fehlbesiedlung im Darm und auch eine spezielle Ernährungsform. Genau. Und all die Sachen führen dazu. Und darum ist es wichtig zu sagen, ich will mal was machen, zu gucken, okay, was trifft denn davon heute überhaupt noch zu? Ich habe Ihnen diesen Omega 6, Omega 3 Test gezeigt. Eine der ersten Sachen. Das andere ist zu gucken, okay, wie geht es denn vom Stuhl her? Wie geht es denn überhaupt meinem Darm? Habe ich von der Flora Probleme und größere Bedrohungen? Wie geht es meiner Darmschleimhaut? Habe ich heute immer noch einen löchrigen Darm und sollte den schnell stopfen? Und all das kann man ja wunderbar machen in drei, vier Monaten, gerade was das Thema Darmsanierung und so weiter angeht, wenn man denn weiß, was sind denn die Fakte? Ein Mannangebot ist immer, eine kostenlose Darmsprechstunde zu machen, ein ausführliches Erstgespräch zu schauen, okay, was sind die Probleme? Was sollten wir messen? Was sind Sachen, die eigentlich relativ einfach jetzt schon umzusetzen sind? Und daraus ergibt sich dann aufgrund der Stuhlanalyse und der Untersuchung ein individueller Maßnahmenkatalog, Darmsanierung, die richtigen Vitalstoffe, was kann man bei der Ernährung feintunen und was ist ganzheitlich sonst noch wichtig? Was ist das Thema Stress und so weiter und so fort, das auch mit angegeben werden kann. Ja, dann danke ich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Interesse haben, einfach online auf unserer Homepage eine kostenlose Sprechstunde machen, wenn Sie mehr wissen wollen oder wenn Sie mehr diskutieren möchten, die können wir hier in Freienbach machen oder einfach ganz bequem per Video, also online Telekonsultation, das können wir dann auch hinterher sehr weiter und sehr gut per Video durchführen. Prima, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bis ein anderes Mal. Discover Health Center in Freienbach Ja, zu Lebensqualität und Wohlbefinden. und Wohlbefinden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.